infinite Klo obviamente ich hab immer noch kein studio leider leute ist schon echt schon mehr als 2 Andere andersrum 姐 wir spielen heute wie heißt das wort g das wird es ja immer bei unserer lieblings-App empfohlen deswegen wir wollen auch mal 3233 rein ja deswegen probieren wir das jetzt mal verständlich ins game rein manche die Wir haben sogar einen Bonus erhalten, täglichen Bonus von 770. Nein, nein, wir müssen jetzt drehen. Ah, okay. Ah. Achso. Einsammeln. Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit überall gleich und man kriegt nicht immer als letzten Zeit eine Null. Ja, ja. Wissen und ein Wort zu formen. Okay. Finde Wissen und Buchstaben in richtig rein, um die Wort zu formen. Finde so viele Wörter wie möglich für mehr Level und Belohnungen. Füllen die Blöcke. Ein, rein, fein, nee, fünf Sterne, vier. Ja, komm. Fan. Hä? An. Achso, das musste ich miteinander zusammenhängen. Ne. Schon cool irgendwie, oder? Wenn da noch ein S wäre, könnt und ein D könnten wir Transgender machen. Ah, da oben kriegen wir Hilfe. Regen. Hoh? Ähm. Ente. Ach, ja, ist klar. Granate. Ne. Fehlt nur ein A. Hä? Das ist schon schwer. Ja, voll. Vor allem, guck mal, wie viele wir machen müssen. Leute, das ist echt nicht so einfach, wie man denkt. Wahrscheinlich für die echt so süß. Wir haben schon drei. Vor allem A. Guck mal, da wird es schon uns vorgeben. A. Was A? A. Agent. Agent. G. E. Agent. Agent. Hoh. Was war mit R? Regen haben wir. Hörb eins. Echt? Welches? Hahahaha. Mach mal. Da wäre er auch krass, wenn. Hahahaha. Aber was mit R? Raa-ge. Hä? Ran-t. Ran-te. Was? Fünf. R-ran-te. Ran-te. Rate. Raten. Raten, Alter. Oh. Aber das ist nichts anderes. Alter, was ist das für ein Wort eigentlich, Leute? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie kann man das so so krass machen? Das ist echt schwer. Ja, auf jeden. Leute. Alle werden so richtig hart lachen. Trä-ne. Was ist mit Trä-ne? Alter, das ist voll schwer. Guck mal, eigentlich mit E fängt an. En-ter. Enter. Mach mal einfach Enter. E-ter. Eng. 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 Ja, aber eng gibt's nicht. Drei Buchstaben. Lass uns mal einen Hinweis holen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alter, das sind alle aus allen... Da liegt ein Wort und wir erkennen's nicht. Drei... Das haben wir oben ein E bekommen. Also gibt's zwei Wörter noch mit E und noch eins mit R. Ja? Raten haben wir schon, ne? Ja. Also was ist das für ein Slive, Bruder? Leute, schreibt auf jeden Fall alle Wörter, die ihr rausfindet in die Kommentare, bevor wir sie erraten. Garten... Ich mach nochmal einen Hinweis. Mach noch einen Hinweis. Mit G. Mit G an. G oder gar auf jeden Fall. Okay. Garten. Garten ist auf jeden Fall ein Wort. Aber mach mal Gärten. Mit A-E. Halt zum A-Ul. Okay, Alter, Leute, hier geht's richtig los auf jeden Fall. Garten. Hä? Junge, das kann doch nicht sein. Alter, was sind das? Ah, wir sind aber auch Level 455. Warum sind wir Level 455? Das war direkt das nächste Level, was wir bekommen haben. Komm. Ach, du konntest dich ein bisschen so... Ah, damit die neue Hinweise bekommen. Damit die anders liegen. Mit G fängt das an und nutzt alle und es ist nicht Garten. Grrrr. Ente. Leute, das ist das dümmste Video, was wir jemals haben, ne? Ich check's ja nicht, ne? Erg. Ich will eigentlich die mit Ende der... Range. Range. Erik Range. Ey, ich check's ja nicht, ne? Ne, deck. Ey, was ist das? Leute, Leute, was ist hier los? Gehen. Genji. Gintel. Ich weiß nicht, welche Wörter gesucht. Machen wir doch mal einen Hinweis. Ey, das ist der letzte, den wir haben können. Ernte. Ey, wir sind so doof. Ernte. Ernte. Wir sind so blöd. Ich glaube, wir brauchen nachher noch Hip von Luisa. Mit E wieder das nächste. En... Ente, aber es gibt's ja nicht. Ente, aber es gibt's ja nicht. Wir sind richtig dumm gerade. Wir spielen ein Spiel, das heißt Wort Guru. Aber wir kommen nicht auf die Wörter hier. Wir sind richtig dumm. Wir haben Agent Regen, Ernte und Raten schon. Und es gibt's noch drei. Eins fängt mit E an, eins mit R und eins mit G. Und das mit G hat alle Wörter, die es gibt. Alle Buchstaben. Vielleicht sieht die ja jetzt besser, weil die schon so versteift sind. Hat der jetzt steif gesagt. Hey, Luisa, hilf uns! Die Zuschauer gucken gerade das Video und denken, übelste Bastard. Hast du Greten mal richtig versucht? Wie Greten? G-R-A-E Habe ich doch gehabt, oder nicht? G-E-N Greten. Nee, geht nicht, okay. Aber glaubst du, es ist was mit E? G-E-N-T-E-R Aber was ist das mit E noch? Oder mit R? Ich bin sowas auch nicht richtig schlecht, ne? Rand E R-A-N-T-E Alter, Leute! Was ist das für ein Video? Was ist das für ein Video? Na? Renner Renate! Aber ist zu lang. Aber Renate geht. Man kommt sich auch so dumm vor. Ja, voll, aber ich... Hä? Die Zuschauer haben schon alle herausgefunden, wahrscheinlich. Was soll das? Kann man sich irgendwie Hilfe holen? Ja, wir haben keine Münzen mehr. Ah, okay. Kosten. 1,09 Euro für zwei Hinweise. Videoanschau für Gratishinweis. Ja, komm, mach'n. Wir haben jetzt ein Video geschaut für einen Hinweis. Et... 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 Hilfe. Alter, Alter, das kann nicht sein! Ey, ohne Witz, ne? Bluestacks ist so ein Scheißprogramm manchmal. Immer kriegen wir so richtige Profi-Accounts. Genau wie bei dem Simpsons-Spiel. Und dann müssen wir uns jetzt mit so Fachchinesisch Wörtern. Okay, Ernte raten ist nicht unbedingt, aber ET, was ET? Weißt du, guck mal hier, Level 2 ist jetzt BDA Und wir kriegen direkt sowas. Da. Da. Oder Bart. Bart. Oder Bar. Leute, am Ende ist das anders. So tun wir jetzt. Wir beenden das Video hier. Und lachen einfach darüber. Ja, aber keine Ahnung was das heißen soll. ET nachschlägst dir den Arsch. Schreibt's in die Kommentare, Leute. Ihr wisst bestimmt. Leute, ohne Witz. Ey, was jetzt kommt so... Ich hab voll Bock auf das Game, weil Knappel Level 455 direkt. Also wenn... Schreibt im Stream. Vielleicht können wir das im Stream mit mehreren Gehörn entspielen. Ja, genau. Wir machen das im Stream nochmal an. Am Mittwoch spielen wir das safe. Und dann lacht ihr nicht mehr über uns, sondern wir lachen gemeinsam. Über uns alle, dass wir so blöd sind. Guten Tag euch. Leute, macht euch ein Like. Subscribe. Einen Gelächter-Kommentar. Abo. Kommentieren. Ich sehe jetzt schon die Kommentare, wie die Fetch gemacht werden. Alright, bis zum nächsten Mal und Tschüss. Tschüss. Musik 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 Musik